Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mit dabei ist der Rackenbund. Hallo. Ich habe vergessen, ein Bild drüber zu schalten. So. Wo kommst du? Ich guck mir grad noch ein bisschen um. So, ich guck mir da oben. Ja, da sind schon mal die Klatschbasen da oben unterwegs. Was? Die Klatschbasen. Ah, hier, die zwei. Halt hoch! Okay, ich sehe keine Schlange. Ja, du, du weißt ja gar nicht, was man heute so gemacht hat. Das ist immer schlimm, oder? Ja. 1 zu 1? Ja, oder? So, ich guck mal kurz, ob da vorne ein Dings ist. Ein Special. Ne, hier ist ein normaler. Da unten ist noch Dings. Hier ist noch Dings. Hier ist nur einer, oder? Ne, da hinten ist noch einer. Da. Ja, okay. Oh mein Gott. Der Junge da hinten. So, wir kommen ausrasten. Und am ausrasten. Und da vorne waren noch mehr Schlangen. Die holen wir auch noch mal hin. Ja, ja, richtig steil. Richtig steil. Ach, den hast du da hinten genommen. Okay. Den habe ich genommen. Ist der bei dir weg? Jetzt ja. Ah, okay. Ich nehme mir grad noch ein paar Schlangen mit. Oha. Hä? 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 Äh. What? Warum geht der da unten so aggressiv? Weiß ich. Ne? Hä? 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 Wo möchtest du jetzt mal hin? Na Alice? Hab ich gedacht, das ist doch schön. Lass mal nach Alice. Anni mehr. Who the fuck is Alice? Hast du aber wirklich grazil gemacht, muss ich schon sagen. Dankeschön. Hab ich heute lange für geübt. Ja. Ja, der Boss ist hier. Ach, hier ist er. Ist noch keiner da. Geil. Dann nehme ich hier mal direkt ein Special mit. Feiert mir erstmal die Oberdosis an Ausdauerspritze rein. Gib die Pünktin ab. Geil. 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 Ich geh mal kurz raus. Der stört mich halt ein bisschen, weil der so laut ist. Hallo. Na. Schlag auf Nazi. Ah ja. Der stört mich einfach. Oh. Alles gut. Okay. Okay, die machen den Eingang dicht. Cool. Ich bin nicht gegenüber drin. In der Hütte. Gar nicht vernünftig rausgeblüht. Ich bin zu klein. Ah ja. Und? Da war der irgendwo. Bis rechts. Ah. Äh. Raus. Voller. Raus. Gargun? Warum? Gargun? Hallo? Ach so, okay. Du standst gerade bei mir ganz kurz. Ich werde da? Ja. Okay. Keine Ahnung. War ganz kurz unterbrochen. Also warum? Komm, ich sag mal. Ich fand das doch ganz komisch, weil ich so Hände um den Rücken loppt. Alter. Dein Plan. Wo sind die denn jetzt hin? Hallo? 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 Du kannst du von da hin was sehen? Ja, hat nicht. Okay. Da. Schüttel, ich habe da keine Sicht drauf. Schon mal, ich habe eine Bounty. Ich gucke mal. Machen wir. Du. Vergiss es, es ist rundherum. Scheiße. Wo ist denn da? Also das sind 6 ungefähr 70 mal rundherum. Das ist ein ganzes Ding verteilt. Ich konnte ja nicht mal sagen, wo. Hier kommt von der Ball. Oh, entlichten. Widerstandskraft. Als ob. Als ob. So ob ich die nicht treffe. Mist. Hä, sind die oben? Nein, 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 nein. Wo läuft der einfach mal mit? Noch, schmeiß jetzt kein Kappers hier rein. Okay, danke. Hier brennt's. Ich will, ich will ins Weitung. Ich bin wieder unten. Mach's halt Feuer aus. Ah, danke. Ja. Ach man, komm mal raus. Hier war einer drin. Äh, äh. Hä? Hab ich mir gef... Ich verarscht. Da ist immer ganz kurz jemand zu sehen, aber ich seh nicht wo. Oh. Jetzt offen. Äh. Bescheidene Situation, ey. Minimal. Ich sag mal nach. Hab ein. Ja, endlich. Sehr gut. Langsam mal Zeit, ey. Ach doch, Mann ey. Aber auch eine? Sehr gut, ja. Aber gefühlt sind die alle irgendwie überall. 3, 5 sind es auch noch welche. Irgendwie mal nur noch 45, 60. Da ist noch eine einzelne Person. Die ist auf 295. Ich werde nicht gesehen. Geh rein. Was? Was? Mist. kann er die eine versuchen wieder zu beleben meine die ist eigentlich nicht moment das ist ein zombie brennen 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 wir sind im gebürsch drin auf 330 oder sollte ich nicht sein so eine kasse brandmonie drin naja ja die hütte abszündet wo bist du da habe eine noch sehr gut die ich getötet hatte wurde wiederbelebt ich bin aber gerade außen ja ich muss ja gar nicht aufpassen soll ich mal gucken ja mach mal bitte 210 irgendwie so 45 und 3 30 wo bist du dazwischen händen händen fliegen wo hoch so 195 wo bist du dein gebüsch irgendwo da du kannst du willst du mal versuchen sekunde zu holen aber sonst ja ich habe gerade gelootet also voll ist doch immer wenn du willst auf der entfernung mal nicht hier hast du gleich nochmal gucken ich kann ich lasse ich habe noch drei 2 da 30 45 das sind zwei stück kannst du dir bei der hier hat seine sekunde holen wir müssen noch gucken dass sie nicht irgendwelche wiederbeleben dort ich weiß nicht ob die beiden zusammen gehören oder ich habe die grad gelöscht auf 15 ist noch jemand 15 und dann ist da ein bisschen ein bisschen dahinter ich wusste das heißt ich kunde wackel als johle ja ich musste gerade löschen ja eigentlich hatte ich angezogen weil ich hatte die andere haut irgendwie ab ja ja shit ach manu mhm treffe ich auch gerade nicht okay okay bpa du kannst ja auch nach irgendwo irgendwo wo ist die ah da hinter dem baum Weil die Nonne hat nur nen Hit. Hier kann man von links kommen mit der Brandmonie. Ja, da. Ja, noch 0, ja. Habe ich. Eine ist tot. Die Nonne ist tot. Ist nur noch hinten auf 15 die Brandmonie. Da war keine Heilung mehr. Ist da und... Ja, schön. Schön, Mann. Gut von alle. Tot. Ist aber nur langsam gut hier. Ich bin Brandmonie bei Gott. Gibt's keine Heilung mehr. Achso, ich kann dir keine Heilung geben, wenn du willst. Warte. Ja, warte mal. Ich loot die mal eben. Und... nö. Wie viel brauchst du? Einmal. Oh, danke. Ich hab auch. Kann man ein Putzeball oder so. Wo war die andere jetzt? Hier hinterm Zaun irgendwo. Da hinten? Da. Ja. Wir müssen aber vorne gleich nochmal gucken, wer da liegt und zum Looten. Ja, aber... Da waren vorhin zwei Leute. Also ich hab jetzt niemanden... Also ich hab nur eine da getötet, die du ja überhaupt gelootet hast. Aber da war ja noch jemand. Hat sie ja da verdünnisiert oder? Keine Ahnung. Vielleicht haben die sich auch gegenseitig nochmal gekillt irgendwo. Weil die wurde ja wieder geholt. Weil die hatte ich ja einmal schon getötet gehabt. Liegt hier sonst irgendwo ja rum? Sonst hast du hinten noch jemand zum Looten. Warte hier mal kurz die Punkte ja. Ja, stimmt. Ups. Hm. Ich hab nur 21 Punkte gehabt da. Deswegen... Na, ich 15. Hier liegt nur jemand. Hier hab ich gerade gehabt. Okay. Zwischendurch sind halt so auch nochmal welche gestorben, aber ich hab keine Ahnung wo. Windfühl... Was hat die? Ah! Da haben wir jetzt schon gesagt. Cool. Ja, dann... Äh... Ja... Dann raus. Oben raus, oder? Ja, ob wir da oben oder mal da. Na, ist egal. Och, ne. Ja, lass mal da. Ja, ja, ja. Guck nochmal. Jo. Orius. Das ist strange. Aber hat sonst niemand den Sterben gehört. Das ist strange. Aber die wurde definitiv von irgendwen wiedergeholt. Vielleicht per Neko irgendwie. Ja, aber die andere Person ist irgendwie weg. Haben sie gesagt, nö, da mach ich. Aber ich kann Bock mehr drauf. Tschüss. Na ja, nö. Ja, hab ich gar Bock mehr drauf. Ja, hab ich gar Bock mehr drauf, ey. Vielleicht auch vielleicht ein Disconnect oder irgendwie sowas. Und was weiß ich. Aber kannst natürlich auch Reconnecten, aber... Oh, stimmt. Okay, das ist ja nix mehr. Hallo. Sorry. Alles verballert. Kann ja mal gucken, ob hier... Flangen sind. Schwungen. Gimme, gimme, gimme. Gimme, 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 gimme. Wohinste Schlange. Wohinste Schlange. Wohinste Schlange. Wohinste Schlange. Eingesammelte Gruppen. Weiß die hier noch. Hä, wie? Ja. Eingesammelte Gruppen. Die. Okay. Dann war noch zu gut wissen. Wie? Wir haben noch zugebissen, obwohl keiner mehr da war. Heftig, ne? Hm. Hä? Wo ist denn da weiß ich sowas? Hm. Was ist der Aushalt? Ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Feuerwerk. Mega, ich weiß, wann ich das Ding werfen muss. Geil. Na, jetzt mal nachladen, Jule. So. Was? Fünf. Fünf. Ja, 155 Punktchen. Das geht ja ab hier. Okay, aber auch alle waren sie zweit. Hm, das war pass. Hm. Zwei Kills? Du hast drei Kills? Ja. Schee gemacht. Richtig schee. Ja. Da wohnen sie weg. Ich bin auch da. Falls ihr euch gefallen habt, lasst es gemagter. Aber wir können natürlich nicht vergessen. Nächstes Mal so ein Schotter mit einschalten. Tschüss. 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 Tschüss.